was tut das ist ein steinbaum den man bewegen kann aha okay und was machen damit ja die wackeln und die steine fallen ja da war etwas doch die richtige idee jetzt müssen wir den stein irgendwie rüberbringen steine fallen ich habe hier kleine steine und große steine dicke steine dünne steine ja das wäre gut lass mich los wo die brücke wir müssen aber vor anders sehen wir müssen zu dem stein dort drüber ja ja wir müssen aber erst mal den weg bauen damit wir das holz rüber kriegen alles klar reicht eins wir machen zwei wir müssen hier noch mal rüber okay du hast das holz ich habe das holz gut dann hole ich das zweite und rüber mit dir ah verdammt es hat funktioniert so geht es auch ja modiert sie nachgetan noch zur mitte wir müssen es noch ein bisschen zusammenrücken nein nein es fällt ja es holt runter der das holz holt runter nein schauen kann es nicht das war mir zu uneindeutig was knabbe die dub war dir zu uneindeutig da sollte das dritte holz nicht sein da sollte das holz lass jetzt los lass jetzt los der prof ist grünzenlos ein bisschen kitsch mensch prof ich versuche mal den stein rüber zu kriegen vielleicht geht es ja schon mit den zwei brettern fast moment ich habe eine idee jetzt ist vielleicht einfach mit dem holz oder mit dem stein ich nehme den stein mit kannst anzünden den stamm und dann die tüte mit aufbrennen ich kann es die tüte mit aufbrennen also ich kann auf jeden fall hier in schlitten schieben und ich habe hier ein brett ich habe mich in den eissplittern etwas festgeglitscht ach jetzt geht es wieder was können wir mit dem brett machen ich weiß nicht aber ich gehe erstmal hier hoch wenn ich jetzt den baumstamm nehme und damit gegen den eissapfen haue vielleicht kannst du mit dem kannst den baumstamm anzünden das wäre vielleicht auch eine idee ich kann es mit dem schlitten fahren das ist ja wirklich und vielleicht geht das warte ich stelle mich drauf vielleicht bringt das was mich oben draufstehen ja es bringt dass es sich weniger bewegt aber vielleicht habe ich dann wenn ich den stein in der hand habe da kann ich mit dem stein dort oben mhm ok ok wie wir uns einfach auf den mitgenommenen holzstamm und den stein konzentrieren oh ähm ich bin unter dem eissapfen begraben und ich glaube wir haben das level zerstört äh hilfe in dem das brett da lag hilfe hilfe ich glaube nicht dass der eissapfen da liegen sollte hilfe leute er lässt sich auch nicht mehr bewegen was passiert mit mir ich bin jetzt hier ich glaube du stirbst und wir müssen den checkpoint laden ich fürchte ja ähm ich komme hier nicht mehr raus gut dass wir es schaffen ein level kaputt zu machen offiziell ist in dem wir ein brett auf die falsche position legen also ich bin wieder raus ok ok ja ich lad mal den checkpoint wir hätten das brett vielleicht rauskriegen können nein jetzt lag aber nicht oh mensch jetzt müssen wir das nochmal machen gehst du mit einem ich weiß es nicht oh hier regnet es mit den steinen ich glaube wir haben wieder das wäscheleine problem äh nein ich habe den stein rüber gebracht wirklich ok ähm batz bekomm das schaffst du h und ich glaube der stein ist ein bisschen klein jo stein ins feuer werfen boah was ist das gerade mit dem stamm passiert hoch nehmen vielleicht kommen wir damit aufs dach also ich kann auf jeden fall den eisblock hier holen und da ist was eingesperrt das müssen wir einfach nur das licht hier deshalb damit das ding schmeckt okay das bringen wir hoch und dann können wir das hier aber hier ist ein hebel damit können wir einfach steht damit können wir dann feuer machen und das dann da brauchen wir nicht schlitten aber da drüben über ok und sagen ob der schlitten überlebt hat hat er nicht ja doch ich war gerade dabei hin um zu kippen ich denke kann doch so gehen moment warum nehmen wir nicht einfach das brett und in die schlitten mussten springen das könnte mit dem brett schon wieder ein bisschen nervig sein ich nehme es entgegen es brennt aber in der falschen stelle es wird an der falschen stelle schmerzhaft es ist eine schmerzhafte sache modi ich bin eine brennende fackel ich bin eine fackel es schmerzt so sehr es schmerzt so sehr vielleicht geht das die fackel sie ist nicht schwer genug natürlich ich stelle mich drauf okay dann mache ich das mal so modi ich drehen schatten ich bin hier ich bin dabei ich komme rüber weihnachts zweck unterwegs mach das ich bin hier den schatten brauchst du den hier äh ne den anderen wo ich jetzt gerade drunter bin ich dreh ich versuche es zumindest ja so na komm was los na komm na komm warte kurz wir brauchen noch den hier mit dass wir hier nicht ich drehe ich drehe oh das reicht sogar so okay äh jetzt brauchen wir jemanden der den hier dreht schon dabei ja ich versuche es ganz woanders andere seite ja ich versuche es und ich dreh ich dreh ich dreh ich versuche es zumindest komm schon na 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 ein kleines stückchen noch ja reicht so okay nicht schmelzen lassen jetzt kriege ich mal kurz Licht Achtung Feuer Achtung Feuer äh wir haben ein Problem guck mal wo der guck mal wo der Knopf steht im hellen Licht vielleicht müssen wir das so weit schieben dass das über den Knopf ragt die letzte Sache das kann man doch nicht verlangen da oben waren zwei Kisten wo waren zwei Kisten wenn du hier hochkommst kannst du sie sehen du kannst dich vom Lift so ein Stück mitschleifen lassen und den Klotz können wir jetzt und den Klotz können wir jetzt nicht einfach auf dir den Klotz können wir jetzt nicht für kurze Zeit einfach drauf stellen stell dich mal da drauf dann bist du jetzt ein Eisklotz ich schmelze Multiplayer geht das ja oh oh ja nein ich kann nicht drauf sitzen schade und ich bin oben da ist eine Kiste vielleicht kann ich die vielleicht kann ich die Kiste irgendwie runter schubsen an der Kiste äh nö ja fast Moment ja ich habe hier eine Kiste ok schieb die Kiste drauf ich mach hier einfach nur die Kiste auf die andere Kiste stellen dann kann ich die schieben ah ok oder so ähm ja und jetzt rüber da huha und runter damit und auf die Kiste damit äh auf den Knopf zu zweit äh noch ein bisschen weiter links sehr gut ist das hier Lüftfahren alles einsteigen oh ne ich will richtig sitzen das wird glaube ich nicht so leicht funktionieren doch doch das geht schon und wie willst du das ich sag mal so es gibt die Sitzentaste ich hänge unten dran und ich liege hier schön wie auf der Couch und ich schüttel den Kopf so geht es mir auch in meinem Sessel Kopf kurz na komm sehr nice ich hänge weiterhin unten dran Dynamit ok mit dem Dynamit müssen wir was machen Spreng keine Ahnung aber ich ziehe jetzt den Knopf Sprengung und oh aha hallo und was machen wir mit dem Dynamit ich hab'n Dünner mit No das hat nicht so gut funktioniert ok ich nehm' das Dünner mit und ich falle nehmen wir die DINER mit äh ok hinauf oh oh man ist DINER wirklich ja ok interessant und weiter voran hörh Modi zu dritt verdammt ähm zieh platzlos zieh dich hoch sehr gut ähm ich fahr noch ein bisschen setzen ich hänge in Modi fest oh ich hänge auch schon auf Takeru fest ich bin schon mal auf Takeru bin ich schon mal gerücken das klingt jetzt für die die den Parts nicht gesehen haben ziemlich zweideutig zweideutig er würde in eben was zweideutiges denken bei der Aussage ok Level geschafft Level geschafft nee warte 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 auf uns ich komm hier nicht hoch ich muss sowieso warten wir müssen noch hinterher kommen ach ich schaff's auf den Felsen nicht und ich hänge in der Felsspalte fest und fähre ich mich zu bewegen jetzt bin ich wir müssen wir müssen das Level gemeinsam beenden gemeinsam zusammen vielleicht gibt's da noch ein Checkpoint vorher vielleicht gibt's vorher noch ein Checkpoint dann können wir gemeinsam nein gibt's nicht das ist blöd ach das schaffen wir schon und ich hab fast oben dann komm sehr gut loslassen ach Mensch was hast du erwartet? dass du mich loslässt und mich weiterlaufen lässt oh nein oh nein jetzt noch nichts Falsches loslassen na jetzt noch nicht loslassen ja man muss halt wissen wann man loslassen muss und wann man nicht loslassen muss es gibt eine Zeit zum Loslassen und eine Zeit zum Aufeinanderlanden alte Jungen vor Flat weiß halt es gibt eine Zeit zum Loslassen und eine Zeit zum Aufeinanderlanden oh hey das klappt sehr viel besser als der Wasser ich bin fast um verdammt ich bin zu weit ich hab mich zu weit hochgeschlopft und drüber nein ich hasse dieses Level also das Level hasse ich nicht das ist das Level ist gut aber ich hasse dieses dieses Ende das ist ein saueinfacher Parcours eigentlich ja aber ich bin halt zu schlecht dafür ich mach ihn jetzt auch nochmal ich bin halt ich hab halt kein Skill du hattest mehr Skill als ich im letzten Level ja im letzten Level das ist halt levelabhängig ja hier frähst du einfach nur zu viel hast du jetzt wirklich nicht mal den ersten Sprung geschafft jo ich hatte heute einen anstrengenden Tag betreten das Schweigen ja hey ich bin wach jetzt noch auf drei Stunden Schlaf und in einem halben Liter Magic Man na dann es gibt aber auch andere Marken wie Red Bull du bist nicht groß genug dass man dir Währung vorwerfen könnte mach's trotzdem mir fällt übrigens keine andere an ein Monster Monster gibt's noch ich hab hier eine Dose stehen vom Monster Effekt Red Bull äh Booster ich komm mal nice ja NRJ und ist loslassen und yep perfekt Mami ich hab's ganz alleine geschafft und wo jetzt hier hoch hier hin der Weg hier ist leichter oder hier der Mann will die Herausforderung ha hu ich bin da wunderbar ich bin am Ende kommst du Prof jawohl jetzt müsst ihr noch und gemeinsam jetzt müssen wir uns festhalten alle festhalten gut und los los geschafft nice level beendet was läuft denn jetzt oh eine Winterlobby äh das ist keine Lobby das ist nochmal ein Level noch ein Level das ist nicht die Lobby die ich ausgewählt da geht das Level noch irgendwie weiter ach ja das ist das Tutorial Level los halt nochmal Moment haben die jetzt jede Map winterlich gemacht das könnte sein what the fuck ja wirklich das sieht fast so aus ok dann machen wir jetzt noch kurz das 2-Easy-Kunden-Tutorial und dann gucken wir mal ob das wirklich stimmt ich mein können wir ja also das Gebirgelevel auch und das das Grusel-Level und so weiter alle wow der Brunnen ist sogar komplett voll das kann ja nicht sein das kann ja fast nicht sein das ist auch nicht eine Schnee-Ebene über alles zu schmeißen für die Leute Credits nee das war's Lawine beendet kein neues Level gebracht haben bis zum Grusel-Ding jetzt kommt Credits ja also aber hier fällt kein Schnee na dann ja dann würde ich sagen beenden wir's mit den Credits oder ja gut na dann die ja gut